Jo Leute und damit herzlichst willkommen zu einem neuen Video. Wir bauen heute auf jeden Fall da oben unsere Neter-Farm weiter und als allererstes werde ich hier mal auf Whisky den Neter abbauen und einmal neu placen und hoffen, dass sobald wir da durch dieses Portal gehen, wir endlich mal hoffentlich nicht irgendwo in der übelst entferntesten Oberwelt rauskommen bei uns, sondern wir wirklich endlich mal aus unserem Portal rauskommen. Und endlich, Alter, diesmal haben wir es zum Glück ein bisschen früher geschafft als sonst, hier hochzukommen und bei dem mache ich es jetzt mal genauso und baue das einmal ab und setze den Obsidian sowie das Portal nochmal neu. Doch hoffentlich funktioniert das dann jetzt endlich mal. So und jetzt geht's ran mit dem wunderschönen Weiterbau, wieder mal sehr eintönig, ich entschuldige mich dafür, aber ich hab echt coole Themen wieder mal rausgesucht. So Leute, wir sind jetzt hier oben angekommen und wie es weitergeht, denke ich, sollte klar sein, wir müssen jetzt hier wieder die Sachen verbinden, ausfüllen und ich hoffe mal, dass wir heute damit fertig werden. Das wäre natürlich am besten, wenn wir heute wirklich komplett auch mit dem Dach fertig werden und am besten schon mit der Killstation. Aber mal gucken, mal gucken, wie weit wir kommen. Keine Ahnung, ich hör mal so oder ich war früher auch selbst übelst vollensichert vor dem ersten Kurs, ne. Also der erste Kurs ist ja immer nochmal ein bisschen was anderes als der fünfte, muss man ja wirklich mal sagen. Und bei mir war das etwas komisch, etwas sehr komisch. Also ich fand es sehr komisch. Ich weiß nicht, vielleicht ist es bei vielen so. Ich hab mir jetzt nicht von meinen Kumpels die Story über den ersten Kurs angehört, so. Also ich hatte gerade so meine Freundin, keine Ahnung, ich glaub, wir waren schon eine Zeit zusammen, ich glaub, zwei Wochen oder so. Oder sieben Tage. Bitte, liebe Freundin, falls du das siehst, schlag mich nicht, okay? Bitte, es tut mir leid. Aber ich glaub, sieben Tage waren das. Oder vielleicht auch nur fünf. Weiß ich jetzt nicht direkt aus dem Kopf. Aber dafür weiß ich auch ganz genau, wie es war. Also ihr müsst euch vorstellen, erstmal, ich war übelst nervös. Ich war früher in Sachen sowas, war ich eh an sich der nervöseste Bub. Wie ihr wisst, ich hab neun Monate lang gebraucht, um meine Freundin anzusprechen überhaupt. Neun Monate lang hab ich dafür gebraucht. Und war schüchtern wie sonst was, trotz dessen, dass wir schon sieben Tage lang auf Insta geschrieben haben. Und dann kam es dazu, dass wir, wir waren allein, wir haben Netflix geguckt, ganz entspannt. Und ich, wir haben vorher, als ich sie gefragt hab, so, ob wir zusammen sein wollen, hab ich sie gefragt, Jo, was ist deiner Meinung nach ne Beziehung? Oder was würdest du in ner Beziehung überhaupt erwarten, dass es wirklich, dass es halt ne wahre Beziehung ist? Weil früher war es nicht so klar, bis hier, ich war noch klein, ich war noch jünger. Und da war es nicht so klar für mich, jo. Vielleicht sieht sie das völlig anders als ich. Aber sie meinte auch so, jo, auf jeden Fall sollte man sich irgendwann küssen und sowas. Und da hat sie mir das beschrieben. Und ich so voll im Stress gewesen, ne. Sie so, ja, irgendwann sollte man sich dann auf jeden Fall küssen. Und ich hab mir so, jo, aber wir sind jetzt zusammen, aber ich kann doch jetzt nicht einfach, wisst ihr, wie ich mein, ich war richtig, richtig nervös. Ich geguckt im Internet, jo, wie küsst man, wie küsst man gut, wie küsst man richtig, wie, wie ist das es? Was muss ich da machen? Wie funktioniert das? Ich hab, glaub ich, alles gegoogelt. Ich hab alles gegoogelt, was, was mir irgendwie in den Sinn gekommen ist. Ja, und in nem Tutorial haben die werten Herren gesagt, dass man ja mit seiner Zunge etwas machen soll und auch die Lippe ein bisschen, ähm, das ist kein guter Tipp, Leute, ich sag es euch im Voraus, ansaugen soll, in Anführungszeichen, so ein bisschen, so ein minimales Gefühl, das bisschen. Und, äh, ich hab das ein bisschen, ein bisschen anders genommen. Und auf jeden Fall war es dann so, dass ich irgendwann zu ihr bin und wir haben Netflix geguckt und ich hab mich die ganze Zeit nicht getraut. Ich glaub, wir lagen drei Stunden, haben wir gekuschelt und ich lag die ganze Zeit schwitzend da, Alter, weil ich gefühlte Schweißattacken hatte, weil ich die ganze Zeit so viel Schiss vor diesem Moment hab, wo ich sie dann küssen soll, will, aber ich wollte es ja auch irgendwo, ne. Aber trotzdem ist man nervös, Alter, was mach ich jetzt falsch, mach ich irgendwas falsch. Passiert das vielleicht so und so, geht irgendwas schief, hasst sie mich danach, wollte sie das vielleicht nicht. Mein Kopf war am explodieren. Ich wollte es dann eigentlich machen, aber irgendwas ist dann dazwischengekommen. Und dann meinte ich so, ja, egal, mach alles gut, später, später, jetzt, jetzt, alles gut, kein Problem. Ich glaub, sie hat es sich, glaub ich, glaub ich, nicht mitbekommen. Ja, und auf jeden Fall so, keine Ahnung, zehn Minuten, bevor ich gehen musste, oder ich musste grad gehen, auf jeden Fall. Und dann dachte ich mir so, I don't give a fuck, hab sie so angeguckt. Sie so mich und sie so, hä, was ist denn? Und ich guck sie so an, sie guckt mich an und das war dieser Moment, wisst ihr? Wisst ihr, ich weiß nicht, viele werden diesen Moment nicht kennen. Aber das war dieser Moment, du hast sie so, du guckst sie so, du hast sie so im Arm, guckst sie so an, sie guckt dich so an, sie ist so komplett verwirrt und du weißt genau, was grad gleich passiert und du weißt genau, was du vorhast und, und, bist ihr komplett unsicher und hast so Angst davor eigentlich, aber irgendwie willst du's auch. Und du guckst sie an, sie guckt dich an und guckst ihr tiefer in die Augen, verliegst sich in ihren Augen. Und dann war es soweit, dass ich ihr gesagt hab, ich hab sie angeguckt und mein Kopf dachte die ganze Zeit irgendwas und ich hab einfach gesagt, ich hab wirklich einfach, Alter und, holy shit, wie viele Viecher sind da? Ja, ich hab ihr einfach gesagt, okay, scheiß einfach drauf und, okay, das ist vielleicht ein bisschen falsche Redewendung dafür, aber so hab ich's wirklich gesagt und dann hab ich wirklich sie einfach geküsst, Digga, hab einfach es so gemacht, wie ich dachte. Es war komplett, es war, sie fand's schön, war, war auch ein toller Moment für uns beide, aber wenn man es jetzt vergleicht, wie, wie wir jetzt küssen, das war einfach, das war peinlich, ihr müsst euch vorstellen, ihr müsst euch wirklich vorstellen, ich, ich knutsch sie so, Digga, ich knutsch sie so, und ich geh so runter und plötzlich, einfach, einfach absolut unangenehm, ich, ich geb ihr so den Kuss und eigentlich presst man, presst man ja wirklich nur seine Lippen aufeinander und macht vielleicht irgendwas mit der Zunge oder so, wisst ihr, was ich meine? Aber, ich hab das irgendwie zu ernst genommen, ich hab meine Lippe zwischen ihre gepresst und hab ihre obere Lippe angesaugt. Also wirklich, ich hab sie angesaugt wie so ein Fisch, Alter, wie so ein richtiger Fisch, hab ich sie einfach so richtig angesaugt, also so richtig dran gezutscht, so richtig, als wär's so ein Wassereis oder sowas. Und dann hab ich mit meiner Zunge, eigentlich, dass ich in ihren Mund gegangen bin oder sowas, hab ich einfach immer richtig meine Zunge gegen ihre Lippe gepresst und außenrum, so richtig eklig eigentlich. Und nebenbei hab ich ihre, ihre, äh, ihre Lippe einfach zersaugt gefühlt, Alter, es war so eklig und einfach eigentlich so unangenehm, wenn man es aus der heutigen Sicht sieht, so. Aber wir wussten halt beide nicht, wie es gäbe es hier. Und trotzdem war es richtig schön in diesem Moment, auch wenn es aus der heutigen Sicht eigentlich übelst komisch ist, so. Trotzdem war es ein übelst sehr heftiger Moment. Also erstmal haben wir uns da geküsst und sie, sie war so ein bisschen schüchernig natürlich auch, aber nicht, dann nicht mehr so doll wie sie. Und dann hab ich so, wollte sie mich so verabschieden und wollte mich so umarmen, ne. Und ich dann so, ja, aber, ne, und sie guckt mich so an und sie sieht so mein Grinsen und dann küssen wir uns nochmal und dann, ich weiß nicht, das war richtig, richtig schön. Dieser Abend war richtig, richtig schön, auch direkt glücklich nach Hause gefahren. Ist halt so erster Kuss, erst richtige Liebe, wisst ihr wie ich meine? War richtig, richtig geil. Nur dann war halt das Problem einfach, dass wir am nächsten Tag, also die Eltern, den Eltern haben wir es nicht gesagt, warum sollten wir den Eltern auch sagen, jo, wir haben uns jetzt geküsst. Und dann müsst ihr euch vorstellen, am nächsten Tag komme ich zu ihr. Und ich fand das toll. Ich fand das richtig klasse. Sie natürlich auch. Wir fanden das beide richtig gut. Und, hallo. Auf jeden Fall war das richtig, richtig toll. Und dann komme ich so am nächsten Tag zu ihr. Ich komme direkt in ihr Zimmer und fange sie direkt an zu küssen, weil es ist einfach das Beste, was es gibt. Also wirklich, Leute, küssen ist echt was. Das ist krass, okay. Das ist krass, aber bitte saugt die Lippen nicht an. Auf jeden Fall haben wir uns dann geküsst und sie wusste ja selber auch nicht, wie ich es mache. Und dann hat sie mir nachgemacht. Heißt, sie hat meine Lippe auch angesaugt. So wie ich es ihre. Weil sie dachte, es ist richtig. Obwohl wir beide nicht wussten, was richtig und was falsch ist. Ja, und dann gehe ich hin. Knutsche sie. Knutsche sie weiter. Zweiter Kuss. So, ich war zwei Stunden bei ihr. Warum soll man da nicht einfach die ganze Zeit knutschen? So, wisst ihr? Weil ich meine, das ist halt einfach geil gewesen. So, war einer der ersten Mal, dass wir uns so richtig dann geküsst haben. So. Ohne Spaß. Erstens haben wir unsere Lippen so doll aneinander gesaugt, dass es nach einer Zeit richtig, richtig wehtat. Also wirklich wehtat, als würden sie gleich aufplatzen. Weil wir einfach beide nicht wussten, was wir da tun. Und irgendwie hat auch niemand von uns gedacht, hä, ja, aber ist das vielleicht falsch? Weil irgendwie niemand hat Schmerzen vom Küssen. Und dann haben wir damit weitergemacht, ne? Und dann müsst ihr euch vorstellen, so zweieinhalb Stunden später, ich gehe so nach Hause, kommen so die Treppe runter mit ihr. Ihre Mutter guckt uns an. Ihre Mom guckt uns so an. Ich gucke so ihre Mama an. Sie guckt so ihre Mama an. Und ihre Mom so, habt ihr geknutscht? Habt ihr geknutscht? Und ich gucke so ihre Mama an. Nein. Hä, warum? Und sie so, nein, natürlich nicht. Eure Lippen sind nur angeschwollen, als hättet ihr gerade sonst was gemacht. Und dann meinte meine Freundin auch so zu ihr, ja, aber ist das normal, dass die so angeschwollen sind? Und dass es so richtig doll wehtut auch? Und ihre Mom so, ja, am Anfang vollkommen normal. Lippen sind ja dadurch ein bisschen gereizt. Und so. Dabei war es überhaupt nicht normal, Leute. Eure Lippen schwellen nicht an, wenn ihr euch das erste Mal küsst. Das wird nicht passieren, außer ihr macht das irgendwie falsch. Dann waren meine Lippen und ihre Lippen übelst angeschwollen. Als hätten wir uns Botox in die Lippen gespritzen lassen, Alter. Die Lippen haben wehgetan, waren gereizt wie sonst was. Aber irgendwann, irgendwann, irgendwie haben wir das so im Laufe der Zeit besser gemacht. Mir ist das auch gar nicht so direkt aufgefallen. Und irgendwann lagen wir so im Bett und haben so drüber gerichtet und ich so, ja, aber früher, dann haben wir uns ja anders geküsst als heute, oder? Es ist doch viel besser heute als früher, oder? Und sie guckte mich so an und sie so, ja. Und dann sie so, ja, meine Lippen haben auch richtig oft übelst wehgetan, weil du so gezogen hast da dran. Ja, meine auch so ein bisschen. Und dann, dann haben wir das nochmal gemacht, Alter. Und das ist einfach so, so scheiße im Gegensatz zu heute. Also wirklich, es ist einfach, es macht gar keinen Sinn. Ich weiß auch nicht, wie wir uns früher gedacht haben, dass es richtig sein kann. Naja, Leute, Moral aus der Geschichte, saugt eure Lippen nicht an. ich wollte eigentlich, dass sich das so reint hat, nicht so ganz funktioniert. Wirklich, macht das einfach nicht. Guckt euch keine Tutorials an. Auch, wenn ihr aufgeregt seid wie sonst was. Guckt euch das Video hier an. Okay, auch wenn ihr aufgeregt seid wie sonst was. Aber guckt euch keine Tutorials, lest keine Fragen durch. Ihr macht nur irgendeine Scheiße richtig, richtig falsch, deswegen, weil ihr irgendwas falsch verstanden habt. Und am Ende ist der Kuss einfach gar nicht wie ein geiler Kuss, sondern halt einfach richtig, richtig komisch. Macht es einfach so, wenn ihr diesen Moment habt, dann macht es einfach so, wie es gerade passiert. Denkt euch nicht zirber auf, wenn man sich da immer was bedenkt. Ich weiß, ich sage das jetzt so einfach, dabei ist es einfach das Schwerste, was es in dem Moment gefühlt gibt und das Schwerste, was es in dem Moment auf der Welt auch gibt. Aber ihr dürft euch da nicht viel überdenken. Lasst es geschehen. Lasst vielleicht sie erst mal die Überhand nehmen, dann ihr und dann so ein bisschen, ne. Aber macht euch da keinen Stress, Leute. Denkt euch, ihr müsst die besten Küsse beim ersten Kuss sein. Das ist Schwachsinn. Schließlich die Person. Leute, liebt euch wegen euren inneren Werten. Das war süß. Das war süß ausgesprochen. Kommt, seid ehrlich, das war süß. Daher gesehen, dass mein Bruchstein auch schon wieder gefühlt leer ist, denke ich auf jeden Fall, dass wir dafür noch eine zweite Folge, und zwar die, morgen um 17 Uhr einplanen werden. Leute, ich hoffe, euch hat diese kleine Storytime, in Anführungszeichen, hier zwischengefallen. Ich hoffe, euch gefällt auch unser Fortschritt. Hier sieht ja alles gar nicht mehr so schlecht aus, würde ich sagen. Und ja, Leute, ich hoffe, wir sehen uns dann morgen 17 Uhr wieder. Bis dann und ciao. Macht es einfach so, wenn ihr diesen Moment habt, dann macht es einfach so, wie es gerade passiert. Denkt euch nicht zu über auf, wenn man sich da immer was bedenkt. Ich weiß, ich sage das jetzt so einfach, dabei ist es einfach das Schwerste, was es in dem Moment gefühlt gibt, und das Schwerste, was es in dem Moment auf der Welt auch gibt. Das Schwerste,